Und damit moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Transfernews mit mir, mit eurem Badischlappen. Und nachdem die erste Folge richtig, richtig gut bei euch angekommen ist, es ganz, ganz viele Diskussionen in den Kommentaren gegeben hat und mich auch schon wieder zwei, drei Leute gefragt haben, Menschlappen, wann gibt's denn die nächste Folge? Hab ich mir gedacht, hocke ich mich wieder ran? Wir haben heute den 17. Juni, ihr seht das Video heute auch am 17. Juni, sprich alles aktuell. Und in der letzten Folge haben wir ja mal so ein bisschen drüber gequatscht, welche Transfers bisher schon vonstatten gegangen sind, sprich alle, die wir mehr oder weniger verpasst haben, dadurch, dass ich ja das gesamte Format Transfernews erst seit ein paar Tagen jetzt mache. Es sind natürlich schon einige Spieler gewechselt, die haben wir uns mal alle angeguckt. Und jetzt machen wir uns mal langsam dran, ein paar Gerüchte anzugucken. Und ich hab's auch schon in der ersten Folge angesprochen, dass ich via Facebook auf meiner Seite, wo ihr natürlich weiterhin gerne vorbeigucken könnt, eine kleine Umfrage immer starten möchte. Sprich, ich starte oder hab im letzten Part gesagt, ich starte eine Umfrage, dann guckt ihr vorbei. Und diesmal ging's um Cristiano Ronaldo. Es haben einige abgestimmt und die werde ich auch jetzt gleich mal zu Beginn hier irgendwo im Bild einblenden. Und zwar hab ich gefragt, wo denn der gute Cristiano Ronaldo in der nächsten Saison bitte spielen wird. Und ich hab mal zur Auswahl gestellt, er bleibt bei Real, wechselt zu Manchester United, wechselt zu Monaco, wechselt zu Paris. Oder ich hab keine Ahnung und lass mich überraschen. Ich hab jetzt mal Manchester City noch weggelassen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, die sind zwar auch immer so ein bisschen überall mit dabei, muss man ja wirklich so sagen. Aber das glaube ich nicht. Da hat auch mal Ronaldo, soweit ich weiß, gesagt, dass er das einem Ferguson, einem Verein Manchester United nicht antun kann. Dass er dann wirklich auch zum absoluten Stadtrival, zum absoluten Hassverein, zum Konkurrenten wechseln wird. Das wird er nicht machen, deswegen hab ich's mal weggelassen. Aber ich fand's doch ganz interessant, wieso die Auswertung war, sag ich mal in Anführungszeichen. Wir fangen mal damit an, dass sieben Leute gesagt haben, ich hab keine Ahnung und lass mich überraschen. Was, denke ich mal, legitim ist, denn man weiß es ja wirklich nicht so richtig, in welche Richtung es jetzt geht. Allerdings muss man auch dazu sagen, zu Paris hat nur einer abgestimmt. Also einer hat gemeint, der geht zu Paris. Auch nur fünf, die gesagt haben, er geht zu Monaco, zum neuen Reichen-Club. Wo er jetzt hat Falcao und Kohn gewechselt, das haben wir ja in der letzten Folge angesprochen. Dafür ist es komplett ausgeglichen. Also 19 Leute sagen, er bleibt bei Real. 18 sagen, er geht zu Manchester United. Und da komm jetzt ich ins Spiel. Und wie ihr ja wisst, bin ich ja großer Fan von Manchester United. Und würd's natürlich deswegen ganz, 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 ganz herzlich begrüßen, wenn er wieder zurückkommt. Und es gibt ja so ein bisschen diese Gerüchte, oder es ist in den Medien jetzt in den letzten, ich glaube, zwei Tagen vorgekommen, oder häufiger vorgekommen, dass man bei Manchester United sagt, gut, man will in dieser Saison ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Man überlegt sich, man will entweder einen Gareth Bale oder einen Cristiano Ronaldo holen. Sprich, wenn man den einen nicht kriegt, kriegt man den anderen. Also das ist so ein bisschen die Vorgehensweise. Und da bin ich auch mal richtig, richtig gespannt, ob das so klappt. Ich mein, wie geil wär das, ein Gareth Bale bei Manchester United oder ein Cristiano Ronaldo, der wieder zurückkehrt. Was der absolute Hammer wär. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich seh's auch ähnlich wie ihr. Sprich, Paris, Monaco, glaub ich, er nicht, dass er geht. Wenn überhaupt, dann glaub ich vielleicht sogar noch er zu Monaco, ich weiß es nicht. Und dann, wie gesagt, Real oder United, das ist, glaub ich, das kann keiner so richtig sagen. Ich hoffe natürlich, dass er zu United geht. Ich weiß ja nicht, wie's da euch geht. Und nicht, was ihr denkt, sondern was ihr hofft, was wär's cooler, wenn er bei United spielt oder bei Real. Muss ich natürlich ganz klar sagen, bei United wäre auch eine richtig geile Verstärkung. Von daher bin ich mal richtig gespannt. Wie gesagt, man kann noch nicht allzu viel sagen. Es gibt Gerüchte. Es gibt Gerüchte, dass er angeblich sein Haus in Madrid schon so ein bisschen vorbereitet, um's zu verkaufen. Allerdings sind das wieder so Sachen, da möchte ich mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil das kannst du überall lesen, ganz klar. Aber wir gucken jetzt einfach mal auf den Transfermarkt. Wir suchen jetzt mal nach Ronaldo. Gucken einfach mal, was es da für Gerüchte zu ihm gibt. Wir haben Cristiano Ronaldo zu Manchester City. Cristiano Ronaldo zu Manchester United mit 40% schon. Paris interessiert, Fragezeichen. Anji Matschkala, oder wie die ausgesprochen werden, Fragezeichen. Und zu Monaco auch, Fragezeichen. Man muss natürlich beachten, er hat noch Vertrag bis zum 30.06.2015, sprich gerade war die Saison 12-13. Jetzt kommt 13-14, dann kommt 14-15, dann läuft er aus. Also er kann noch ein bisschen bei Real spielen, ganz klar, seit drei Jahren schon im Team, beziehungsweise seit knapp vier Jahren jetzt. Und wenn man sich auch mal die Quoten anguckt in der aktuellen, beziehungsweise jetzt abgelaufenen Spielzeit, ist das natürlich überragend. 64 Spiele, 59 Tore, 17 Vorlagen, das ist der absolute Hammer. Also insgesamt 69, die sieben noch dazu, sind wir bei 76 direkten Torvorlagen. Also nicht eingeleitete Tore, sondern direkten Torvorlagen in 64 Spielen. Und das ist schon ein richtig toller Wert. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern wir gucken mal schnell rein. Wir fangen einfach mal an, Cristiano Ronaldo zu Manchester City. Was natürlich aktuellste Quelle vom 06.09.2012. Da merkt er schon mal, dass das schon ein bisschen länger her ist. Wir gucken jetzt einfach mal Seite 3, was so das Neueste ist, sage ich mal. Man City bietet 200 Millionen, das ist jetzt vom, ach, das ist auch noch vom 06.09. Okay, der englische Fußballmeister Manchester City bietet offenbar 200 Millionen Euro für den portugiesischen Cristiano Ronaldo von Real Madrid. Das ist, glaube ich, diese spanische Sportzeitung heißt. Ist allerdings schon, wie gesagt, ein bisschen länger her. Glaube ich auch ehrlich gesagt nicht dran. Wir gucken mal rein, was es bei United für eine Quelle ist. Beziehungsweise können wir mal hier gucken. Ah ne, da sieht man nur das, schade, zu United, das interessiert jetzt erstmal nicht. 17.06.2013, das ist heute. Also die aktuellste Quelle. Manchester United closing on. Cristiano Ronaldo deal. Daily Mail, die da anscheinend meldet. Das ist, wie gesagt, hoffentlich bald soweit. Wie gesagt, es ist so ein bisschen am Spekulieren. Man will entweder Gareth Bale oder Cristiano Ronaldo an die, an die Stamford Bridge, würde ich sonst sagen, um Gottes Willen, in Old Trafford locken. Ähm, ich bin mal richtig gespannt. Genau, das ist auch noch das andere, weil ich hier gerade lese mit zu Alex Ferguson. Der Fergie wurde auch angeblich losgeschickt, ähm, um da ein bisschen, ein bisschen Gas zu geben. Sprich, ein bisschen mit einem Cristiano Ronaldo zu quatschen, ihm es ein bisschen schmackhaft zu machen, wieder zurückzukommen. Ähm, und da bin ich ja mal richtig gespannt. Wäre natürlich auch, hier steht es geschrieben, ein richtiger Verlust, ähm, für Real Madrid, wenn sie erst Mourinho verlieren. Wobei es mit ihm ja eh nicht mehr so gelaufen ist. Sprich, ähm, man hat ihn ja auch nicht mehr unbedingt so haben wollen. Ähm, und dann, wenn noch ein Ronaldo geht, wäre er natürlich brutal. Allerdings, ne, wie gesagt, Real ist auch an Bale dran. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, gut, ähm, Real holt einen Bale, United holt dafür einen, einen Cristiano Ronaldo. Wäre auch eine geile Abwechslung, ne, muss man wirklich so sagen. Also, ich, ich habe jetzt einfach mal das alles gesagt, was ich so zu dem Thema Ronaldo weiß. Ich würde es mir auf jeden Fall richtig wünschen, dass er zurückkommt, ähm, in Old Trafford, sprich, zu Manchester United. Bin mal gespannt. Es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja auch so ein bisschen in den Medien klar geworden, dass man versucht, jetzt halt ein bisschen Geld locker zu machen, um eben auch zu zeigen, es gibt auch ein, eine Zeit nach Sir Alex Ferguson. Sprich, es gibt auch eine Zeit mit David Moyes. Ähm, von daher bin ich da mal, bin ich da mal richtig gespannt. Und da wollen sie natürlich wirklich auch, auch zeigen, ne, Fergie ist zwar weg, aber das heißt noch lange nicht, dass United weg ist und da wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ein bisschen Gas geben. Okay, ähm, das war es auf jeden Fall mal zum Thema Ronaldo. Wie gesagt, äh, mehr weiß ich leider auch nicht. Ich, ich würde mir ja wünschen, wenn ich euch sagen könnte, er geht sicher zu United. Aber das weiß ich leider nicht. Wir werden natürlich weiterhin immer mal wieder bei Ronaldo vorbeischauen, was es da Neues gibt. Und, ähm, wie es ausguckt, ähm, wäre wie gesagt ein absoluter Hammer. Okay, ähm, dann würde ich sagen, das ist jetzt erstmal so, ich habe immer vor, mal so ein großes Thema anzugehen, wie jetzt hier Ronaldo, wo ich auch dann so ein bisschen auf die Statistik zurückgreifen kann, auf die Umfrage, die ihr dann beantwortet habt. Und zum anderen natürlich immer die neuesten Quellen so ein bisschen angehen. Ähm, das werden wir auch jetzt erstmal so beibehalten und erstmal so gucken. Und schauen wir rein, was es alles, was es alles Neues gibt. Hier haben wir nochmal Ronaldo, ähm, zu Manchester United. Lewandowski ist auch noch ein Thema, das wir allerdings so erstmal nicht ansprechen werden. Das ist ein Thema, das wirklich ein großes Thema ist. Sprich, das werde ich jetzt nicht so nebenbei erwähnen. Wir machen immer, wie gesagt, ein fettes Thema, ein riesig fettes Thema. Und nebenbei dann so die Kleinigkeiten in der Bundesliga im internationalen Fußball, was noch passiert ist. So zum Beispiel ein Tim Klose. Zum VfL Wolfsburg, wir lesen mal durch. Spox.com, die Quelle, was übrigens auch eine gute Seite ist. Nürnbergs Sportdirektor Martin Bader hat dem wechselwilligen Tim Klose die Freigabe zum VfL Wolfsburg verweigert. Klose hatte das Angebot der Nürnberger zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Bader dazu im Kicker. Wir sind bis zur absoluten Schmerzgrenze gegangen. Nach dem Abgang von Timmy Simons zum FC Brücke will Nürnberg nicht gleich den nächsten Leistungsträger verlieren. Deshalb darf Klose nun erst nach Vertragsende 2014 gehen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, ob man einen Klose nicht noch ziehen lässt. Ihr seht es auch hier, 70%. 3,5 Millionen Marktwert. Wobei momentan so Summen von 6 Millionen, glaube ich, knapp gehandelt werden für ihn. Also das wird echt brutal werden. Und wenn man sich mal überlegt, wir gehen mal rein, schnell beim Klub. Ist ja auch meine Lieblingsmannschaft. Also Klub und United, das kennt ihr ja mittlerweile. Wenn man sich jetzt da mal überlegt, wie gesagt, ein Simons, der gegangen ist zum FC Brücke, der zurückgekehrt ist. Hier sehen wir es. Ein Stefan, der von der zweiten kommt. Genau, das ist nichts Neues. Wir gucken mal durch. Ein Polter, der zurückkehrt zum VfL Wolfsburg. Und wenn jetzt auch noch ein Tim Klose zum VfL Wolfsburg geht, das wäre schon richtig brutal. Wenn wir mal sortieren nach Marktwert, ist halt ein Tim Klose auf Rang 3 beim Klub. Chandler sicherlich auch ein ganz, ganz starker. Wobei er, sage ich mal, diesen letzten Schritt, diese letzte Überzeugung auch noch mehr an den Tag legen muss. Ein Kiyotakis sicherlich auch der Neuzugang, der ja da gekommen ist im letzten Jahr. Geb hat noch mehr dabei. Aber Klose, das wäre ein richtiger Verlust. Denn guck mal an. Rechtsverteidiger gut, Innenverteidiger. Wer kommt denn nach Klose noch? Wer kommt denn noch? Es kommt ein Pernilson, der sicherlich auch gut ist. Häufiger leider mal verletzt war. Dann hast du den Marcos Antonio. Den wollen wir ganz schnell wieder loswerden. Berkai Dabandi, der im letzten Jahr einige Spiele gemacht hat. Ein paar, zumindest 18 Spiele hier. 8 in der Bundesliga. Ja, allerdings natürlich auch noch nicht ein absoluter Leistungsträger ist. Und dann war es das. Noah Kodzowski, der auch noch mit dazu gestoßen ist. Allerdings natürlich auch noch lange nicht da top in der Innenverteidigung spielen kann. Also da braucht der Klub auf jeden Fall noch jemanden. Wenn ein Klose gehen wird, gehen soll. Wenn man ihn da wirklich nochmal, oder wenn man da die Ablöse kassieren möchte. Wie gesagt, bis 2014 hat der Vertrag. Klar, nächstes Jahr wäre dann ablösefrei weg. Und zwar sicher, denn ihr habt es mitbekommen. Der Vertrag wird erstmal nicht verlängert. Beziehungsweise vom Klub aus natürlich schon. Aber der gute Klose will ihn erstmal nicht verlängern. Also das schon mal zum Thema Tim Klose. Das können wir vielleicht mal ansprechen. Higuain ist sicherlich kein kleiner, aber ist denke ich mal jetzt ein Thema, was man so beiläufig erwähnen kann. Mit den großen meine ich wirklich Ronaldo, Bay, Lewandowski. Higuain zählt natürlich eigentlich auch dazu, aber den sprechen wir jetzt mal an. Nicht, dass wir nur kleine haben. Sagen wir es so. Also Higuain zu Arsenal. Der FC Arsenal, der ja auch kräftig, kräftig, kräftig auffrischen will. Bin ich mal gespannt. Bei Arsenal merkt es, es läuft nicht mehr so. Wir können mal kurz reingucken, wie es so in der Historie aussieht bei denen. Die waren jetzt halt in der Saison 11-12 auf Rang 3. Allerdings, man sieht es 19 Punkte weg, um überhaupt ein bisschen um die Meisterschaft mitzuspielen. Im Jahr zuvor auch auf... Ja, ich dachte schon 29 Punkte, hä? Ne, auch auf... Warte mal, 10-11. Warte mal, 11-12. Ah, wird das noch nicht angezeigt? Oder bin ich jetzt total blöd? Ne, das 12-13 wird hier noch gar nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich in die Premier League-Tabelle gehen. Ähm, okay. Davor, 11-12. Fang mal, äh, 10-11. Machen wir trotzdem hier weiter. Ihr wisst ja, 12-13 waren sie auch nicht so prickelnd. Ähm, 38 Spiele, 68 Punkte waren sie, drei Punkte dahinter. Ähm, da auch... Äh, vierter waren sie da. Genau, United wurde da gar nicht mehr angezeigt auf Rang 1. Ähm, das heißt, die sind lange, 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 lange Zeit nicht mehr erfolgreich. Was zumindest mal, sag ich, die Premier League angeht. Was auch allgemein, äh, die anderen, die anderen Wettbewerbe angeht. Ich kann hier runtergehen, umso weiter. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal Meister waren. Gefühlt ewig her. Ähm, wir können ja mal reinschauen. Erfolge gibt es hier bestimmt auch. Kader, Rekordspieler. Wer ist wo Rückkehrer? Ähm, das muss es ja hier eigentlich irgendwo geben. Daten und Fakten vielleicht. 13 Mal englischer Meister zur kompletten Liste. Vielleicht steht es hier. Genau. Ähm, Erfolge. Champions League Finalist. Das ist alles immer Finalist. Ne, englischer Superpokalsieger 0405. Englischer Pokalsieger 0405 Meister 0304. Also, das ist schon 10 Jahre her. Mal so knapp. Sprich, das ist lange, lange her. Und die wollen mal richtig wieder aufbauen. Ähm, um zumindest das mal kurz, äh, aufzugreifen. Jetzt waren wir natürlich wieder, sind wir mal mega vom Thema abgekommen. Denn eigentlich ging es um Gonzalo Higuain. Den wollen wir uns jetzt hier nochmal angucken wollen. Also, Wenger, ähm, will den, 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 den Angreifer von Real Madrid, äh, Higuain kaufen, zu einer Rekordsumme. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Ähm, 25 Millionen wird er geschätzt. 25 Millionen, äh, Pfund von Florentino Perez, äh, dem Präsidenten von Real Madrid. Wo angeblich, ähm, Real, äh, Real, sag ich schon, Arsenal vielleicht, vielleicht, äh, kaufen möchte. Beziehungsweise auch den Deal eingehen möchte. 52 Prozent wird es gewertet. Ich bin richtig gespannt, muss ich sagen. Es wäre auf jeden Fall eine Top-Verpflichtung für Arsenal, ganz klar, mit Podolski und Co. Ich bin nochmal gespannt, wen sie so noch kaufen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, das wir schnell aufgreifen können. Ihr merkt, dieser ganze Transfer-Talk ist bei mir doch recht spontan. Sprich, ich gucke da einfach mal, was mir gerade so auffällt und quatsche da ein bisschen drüber. Ja, jetzt mal diesen großen, großen Transfer, die großen, die großen Gerüchte weggenommen. Und ihr werdet gleich merken, dass das Ding hier ein bisschen verzerrt ist. Ähm, das liegt daran, dass ich gerade hingesumt habe. Nani ist auch noch im Gespräch. Ähm, das ist auch noch so eine, so eine Sache. 27 Millionen Mark wird, allerdings stimmt das nicht so richtig. Ich glaube, United will 10 bis 12, wenn mich nicht alles täuscht. Galatasaray Istanbul war auch an Nani dran, hat allerdings nur 9 geboten, was dann letztendlich, äh, abgelehnt wurde, das Angebot. Für den 26-Jährigen, was brutal werden könnte, Für Arsenal ist das Gehalt. Ähm, Nani hat bei United, glaube ich, damals bei der Vertragsverlängerung, entweder was damals oder sogar jetzt hat, ich bin mir gar nicht sicher, 100.000 pro Woche gefordert. Was natürlich, äh, nicht gerade wenig ist. Vor allem, wenn er bei United nur auf der Bank hockt, was er ja, was heißt auf der Bank hockt. Aber er hat ja nicht mehr allzu häufig gespielt, jetzt ist das hier komplett verzogen. Egal, Fabianski als Abgang zu Besiktas, Lichtsteiner zu Juventus, äh, von Juventus-Durin, äh, 16,5 Mille wert. Podolski, ja gut, das ist schmarrn. Äh, Gurküv haben wir noch. Und jetzt erzählen wir erstmal gar nichts mehr. Ähm, wir gucken nochmal schnell rein. Nani schauen wir uns auch noch schnell an, wie es da ausschaut. Äh, Gerüchte technisch. Also, Fenerbahce, 25%. Galatasaray, 27, wie gesagt, da ist der Deal eigentlich schon geplatzt. Monaco natürlich, klar, ne, Juve. Arsenal, was da wieder alles halt so einsteigt, ist ja ganz logisch. Aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, er wird gehen. Hier sehen wir übrigens nochmal nur 11 Spieler in der Premier League gemacht, ein Tor, drei Vorlagen. Ähm, das ist das, was ich angesprochen habe, im Sinne von Ersatzspieler. Ja, er ist ja kein Schlechter, ne, aber er hat nicht mehr so richtig Fuß fassen können bei uns. Ähm, aber wie gesagt, ich denke ganz sicher, dass er gehen wird. Frage ist nur, wohin. Juventus könnte ich mir gut vorstellen, Arsenal könnte ich mir auch ein bisschen vorstellen, dadurch, dass Arsenal eben, ähm, ja, aufrüsten möchte, ganz klar. Der Rest ist auch möglich. Galatasaray, glaube ich, ganz ehrlich, ist geplatzt. Wobei er da auch hinpassen würde, ne? Nani eigentlich einer, muss man sagen, Fenerbahce und Monaco, Monaco eher wahrscheinlich, hm, ich weiß es nicht. 34 Prozent, das können wir uns mal angucken. Ähm, 20 Millionen wird da, von Pfund ist da die Rede. Okay. Also ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ihr merkt, ich weiß leider auch nicht so viel zu den ganzen anderen Transfers. Wir haben ja im letzten Part, da habe ich natürlich vielleicht ein bisschen mehr erzählen können, weil die ganzen, ähm, Transfers wirklich schon vonstatten gegangen sind. Jetzt sind es ja alles Gerüchte, sprich, da weiß ich natürlich auch nicht mehr. Ich hocke ja da auch nicht, keine Ahnung, jede Woche mit Mourinho, Klopp, Guardiola und Co. zusammen. Da haben wir nur ein Quatsch ein bisschen drüber. Sondern kann auch nur das sagen, was ich dann letztendlich weiß. Ähm, wir können hier vielleicht nochmal kurz reingucken. Top-Spieler Eriksen, das ist ja auch noch so eine Personalie Richtung Dortmund. Pjanic, äh, ist noch, ist noch, äh, ja, so ein bisschen in den Medien groß geworden. Tottenrichtung Dortmund ist, glaube ich, auch Mitte letzter Woche, äh, Mitte dieser Woche so ein bisschen, beziehungsweise eine halbe Woche zurückgerechnet, Mitte letzter Woche war es dann, ähm, so ein bisschen in den Medien groß geworden. Hier Goyen haben wir nochmal. Freddy Guarin, der eventuell zu, ähm, Tottenham gehen soll. Guarin, ähm, kann man da draufklicken? Da kommen wir jetzt nicht auf ihn drauf. Doch, hier kommen wir hier hin. Auf ihn hin. Äh, der bei Inter Mailand spielt. Also, ich bin, ich bin mal richtig gespannt. Man muss wirklich dazu sagen, es wird in dieser Saison einiges auf dem Transfermarkt geschehen. Das merkt man richtig, äh, dass da wirklich was, was sich zusammentut. Ich bin auch mal gespannt. Wie es mit dem Thema Lewandowski ist, das werden wir auch noch ansprechen. Ich weiß noch gar nicht so recht, was ich als nächsten großen Hammer machen soll. Machen wir einen Robert Lewandowski oder machen wir einen Bale? Ich würde sagen, wir fangen mit Lewandowski an. Sprich, es wird in dieser Sekunde, wenn du das Video siehst, ähm, schon wieder auf Facebook. Ihr seht unten den Link in der Videobeschreibung. Eine neue Umfrage geben zum Thema Robert Lewandowski. Ihr werdet verschiedene Auswahlmöglichkeiten haben. Natürlich zum einen Bayern Dortmund. Was macht er? Wo wird er nächste Saison spielen? Ganz klar. Und dann würde ich sagen, greifen wir das Thema Lewandowski im nächsten Transfer-Talk auf. Bei den nächsten Transfer-News gucken da dann wieder rein. Ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, dadurch, dass ja das Format noch so ein bisschen am Anfang ist. Ob ihr das ganz schön findet, wenn wir das so ein bisschen spontan machen. Sprich, alles so ein bisschen aufgreifen. Oder ob ich mir dann wirklich vorher ein paar mehr Notizen, was heißt Notizen, habe ich mir jetzt auch nicht gemacht. Oder bei dem ersten Talk auch nicht. Aber zumindest vorher mir ein paar Spiele noch raussuchen soll, die ich dann wirklich gezielt angucken soll. Oder ob wir das dann wirklich so, ähm, ja, ich sag mal so spontan angehen. Hier mal reinklicken, Transfer-Ticker, da mal so ein bisschen rumgucken zusammen, was es Neues gibt. Um dann letztendlich auch unten in den Kommentaren so ein bisschen quatschen zu können. Könnt ihr mal unten reinschreiben. Und ich würde sagen, wir gucken uns noch ganz schnell eine Personalie an. Oh, der Klub verleiht Wiesmann, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Wann war das? Am 15.06. vorgestern. Okay, ich habe überhaupt nicht mitbekommen. Aber darum geht es gar nicht, sondern ich möchte mir jetzt, gucke ich mal die News, das dürfte noch nicht allzu alt sein. Jetzt dürfte es kommen. Und zwar hier, Manchester City bestätigt, Pellegrini wird neuer Coach. Manchester City ist auf der Suche nach einem neuen Trainer in Spanien fündig geworden, wie der englische Vizemeister am Freitagnachmittag bekannt gab. Wird Manuel Pellegrini künftig die Geschicke der Citizens leiten. Der 59-jährige Chilene wechselt vom spanischen Erstligisten Malaga nach Manchester und erhält einen bis 2016 datierten Drei-Jahres-Vertrag. Pellegrini, ich bin darüber erfreut, diese aufregende Möglichkeit wahrzunehmen. Der Klub hat ein klares Erfolgskonzept auf und abseits des Platzes und ich fühle mich verpflichtet, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Am 24. Juni, sprich heute in der Woche, wird er dann letztendlich da antreten bei Manchester City. Es ist, Pellegrini ist ein, ich fand ihn, ich fand ihn bisher, ihr wisst ja, United-Fans, City kommt jetzt, ne? Ich fand ihn bisher immer einen recht sympathischen Kerl. Ich bin mal gespannt, was er reißen kann. Wir können uns ja mal so ein bisschen die Daten angucken. Wie gesagt, wohlgemerkt bei Malaga vorher Trainer gewesen, wo jetzt dann letztendlich auch wieder der gute Bernd Schuster zurückwechselt. Wenn wir nochmal draufgehen auf Manuel Pellegrini, wird hier schon als Trainer von Manchester City gehandelt. Okay, ne, aber wie die Quote ist, also 48,46% Siege, 25% Unentschieden, 26% Niederlagen ist für Malaga, denke ich mal, nicht schlecht. Wohlgemerkt, dass man wirklich mit dazu sagen muss, Malaga war ja der Verein, wo wirklich viel Geld reingepulvert worden ist. Dann geht wirklich der Investor und auf einmal läuft's. Auf einmal läuft's bei Malaga, ihr habt's mitbekommen, im Viertelfinale der Champions League in der Liga. Das können wir ja auch mal schnell angucken. Hier haben wir es auf Rang 6, darf trotzdem leider, was heißt leider, darf halt nicht mitmachen in der Europa League, dadurch, dass die ganzen Auflagen nicht erfüllt werden, was jetzt das ganze finanzielle Zeug angeht, ganz klar. Ja, und von daher ist es natürlich schwierig, beziehungsweise bin ich mal gespannt, was auch ein Bernd Schuster, den wir hier sehen, dann letztendlich bei Malaga machen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Schauen wir mal Pellegrini an, war zuvor bei Real, war bei Villareal. Was vielleicht auch ganz interessant ist, ist die Durchschnittsamtszeit als Trainer mit 1,11 Jahren. Ist natürlich so eine Sache, ne. City ist ein Verein, der halt wirklich die Schnelllebigkeit des Fußballs absolut ausstrahlt. Genauso wie Chelsea, wo Trainer gewechselt werden wie, keine Ahnung, Unterhosen. Äh, um es vorsichtig auszudrücken. Ich bin gespannt, wie lange er sich halten wird. Ähm, ein... Jetzt hört mir der Name nicht ein. Oh, jetzt hört mir der Name nicht ein, jetzt passt mal auf. Wir müssen schnell reingucken. Äh, Mitarbeiter, das steht jetzt hier nicht mehr dabei. Ich bin jetzt gerade total von der Rolle. Wie heißt der Trainer von, von, von City? Ah. Ich habe ihn auf der Zunge, ich weiß, wie er ausschaut, ganz klar, mir fällt der Name nicht ein. Warte mal, wir gucken, wir gucken. Guck mal hier rein, das ist ja fast schon peinlich. Ähm. Na komm, na komm, na komm, na komm. Will er nicht. Ihr wisst, wen ich meine. Ihr wisst, wen ich meine. Auf jeden Fall hat es ja doch ganz gut hinbekommen bei Manchester City, dass er, sag ich mal, die, ähm, die Mannschaft einigermaßen wirklich nach vorne geführt hat. Wir gucken jetzt mal schnell, ähm, 11, 12. So, und da muss es jetzt mit dabei stehen irgendwo. Mancini, blöd hoch 10, Roberto Mancini, natürlich. Ähm, was ich normalerweise schon weiß, nicht, dass jetzt irgendjemand kommt, ich bin blöd. In der Situation schon, aber, keine Ahnung, lag mir jetzt nicht auf, äh, ist jetzt nicht rausgekommen aus dem Mund. So, äh, Mancini, der da, wir können ja auch mal bei ihm bei der Quote reingucken. Ähm, 55% Siege, 24% Unentschieden, 20% Niederlagen. Ich weiß gar nicht, ob man das, hier bei ManCity sieht man's. 191 Spiele, 64 eingesetzte Spieler. Und den Schnitt hier haben wir es von knapp 2 Punkten pro Spiel. Ist nicht schlecht. Wir nehmen mal zum Vergleich die Legende aus Manchester. Und zwar Sir Alex Ferguson. Ähm, hier ist er. Sir Alex Ferguson. 2,10, ne? Was schon krass ist. Stellt euch vor, der ist jetzt seit 27 Jahren im Verein. Und hat mal schnell den Schnitt von 2,10. Über 27 Jahre hinweg. Also das ist krass. Ich bin nochmal richtig gespannt, wo es einen, ähm, Roberto Mancini dann jetzt endlich hinzieht. Der immerhin schon 2,55 Jahre im Schnitt bei einem Verein ist. Monaco, Paris. Ich weiß es nicht. Ähm, gucken wir mal. Werden wir mal echt gucken. Und jetzt gehen wir noch am Schluss, ähm, Schuster an. Das war heute, also heute, glaube ich, war es echt ein recht spontaner Talk, muss ich sagen. Ähm, da greifen wir einfach mal alles auf, was mir in den Blick kommt. Schuster bei Manacca. Kann er wirklich das fortführen, was er, was ein Pellegrini vorgemacht hat? Ist die große Frage. Könnt ihr natürlich auch mal in den Kommentaren schreiben. Äh, vorher bei Besiktas Trainer mit einem Schnitt von 1,8. Überall so in dem Dreh. Also die Zweierquote hat er nicht so richtig erreichen können. Bei Real 1,88. Was auch fast ein bisschen wenig ist, muss man wirklich sagen, für, für matrilänische Verhältnisse. Kennt sich dafür aber in der spanischen Liga bestens aus. Guckt euch das an. Deportivo. Xerres. Weiß ich nicht, ob die damals in Liga 1 oder 2 waren. Äh, aber Levante. Der Getafe, Real und jetzt Malaga. Sprich, er ist dann ein absoluter Fachmann. Und da bin ich auch mal richtig gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich Malaga da behält, wo sie sind. Ich meine, recht viel weiter nach oben wird schwierig. Ist möglich mit Atletico, mit Barca, mit Real. Hast du da natürlich schon ein paar richtige Kracher vorne mit drin. Die schwierig sein werden könnten zu überholen. Hier kommen wir mal rein. Über eine komplette Tabelle. Aber ich sag mal so, Rang, ja, 4 bis 6 ist auf jeden Fall drin mit Malaga. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie dürfen ja nur in dieser Saison, ähm, nicht, ähm, an der Champions League, an der Europa League, sprich an den internationalen Vereinswettbewerben teilnehmen. Ich glaube, nächste Saison schon wieder, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon. Aber würde mich, würde mich auf jeden Fall irgendwie schon ein bisschen freuen, wenn sie das packen. Ähm, wenn da wirklich ein Schuster das nochmal rumreißen kann. So, und jetzt haben wir lange gequatscht. Ich habe eigentlich noch jetzt zwei Themen aufgegriffen, die ich gar nicht aufgreifen wollte. Halb so wild. Ich habe es angesprochen. Es geht um das Thema Robert Lewandowski. Guckt einfach mal vorbei. Den Facebook-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt vorbei. Klickt euch rein. Schaut rein, äh, was ihr denkt, wo er hin wechseln wird. Und dann wird in der nächsten Folge kräftig über Robert Lewandowski diskutiert. Da können wir uns, glaube ich, schon mal kräftig drüber freuen. Denn da gibt es verschiedene Meinungen. Da werden die Dortmund-Fans das eine sagen, die Bayern-Fans das andere. Und dann gibt es ja noch diverse Gerüchte in Richtung Ausland. Manchester United im Gespräch, City im Gespräch. Wir werden auf jeden Fall das ganze Thema anschneiden. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben geben würdet. Das war es mit dem, mit dem zweiten Transfer-Talk mit den zweiten Transfers-News. Wie gesagt, ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich es weiterhin so spontan halten soll. Oder ob ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge habt. Natürlich für das Format sind gerne willkommen. Werde ich darauf eingehen. Und dann sehen wir uns wieder. Entweder in der dritten Folge des Transfer-Talks. Oder wir sehen uns natürlich in einem meiner FIFA-Let's Plays. In einem meiner Fußball-Manager-13-Let's Plays. Oder sonst was in dem Sinn. Wir sehen uns auf jeden Fall. Euer Badeschlappen. Servus!